Kann mir jemand helfen? Wo ist denn hier die Kaste? Ich hab meine Brille vergessen. Ähm, hier. Haben sie getankt? Ja, die 1, 2, 3. Okay, übrigens schönes Kleid. Danke. Ich hab extra Sneaker drunter gezogen, weil so mädchenhaft Klamotten sind gar nicht meins. Cool, das macht 57 Euro. Ist das Daniel, der gerade reinkommt? Oh nein, schnell weg. Daniel, ich hab dich so sehr vermisst. Hab ich nicht deine einstweilige Verfügung gegen dich? Ich hab doch verstanden, dass es nur das kleine Flapp gemeint war. Nein, ich hab Angst vor dir. Bezahlt jetzt eigentlich jemand?